Musik Und damit wünsche ich euch herzlich willkommen hier zur nächsten Folge vom Tops Matchtags Bundesliga Let's Collect und heute das erste Mal mit drei Päckchen, mit drei Booster Packs. Drei Booster Packs bedeuten 36 Karten, die wir insgesamt auspacken werden und hoffentlich auch alle einsortieren werden. Wir starten direkt rein, das ist Griecher Pröbel, einfach als diese Spektrum Karte. Ja moin, ich wollte schon sagen, hä, jetzt haben wir hier Autogramm von Musiala gezogen, kapi? Wir starten mit Julian Green, Greuther Fürth, haben wir Osnabrück direkt dahinter, Fonzie Davis von den Bayern, Ginter, Kader Rabeck, jetzt muss ich halt auch aufpassen, wo ich hier welche Karten hinlege. Ryerson, Jonas Hofmann von Leverkusen, Kevin Trapp von der Eintracht, dann haben wir die Powerkarten Hoffmann im Logo, Jamal Musiala als Starkarte und die Spektrum, die wir, an die Spektrum hat die 73, das kommt ja hier vorne hin, oder? Habe ich Spektrum überhaupt? Wir werden es sehen gleich. Wir werden es gleich sehen, vielleicht habe ich auch wieder einen Fehler gemacht, ja moin. 382 Braunschweig, dann haben wir Mittelstädt. Wolfsburg kommt dazwischen gemogelt, Mainz, Dortmund, Leverkusen, Frankfurt kommt auch da noch hin, Augsburg. Dann haben wir Marvin Duxch als Matchwinner, dann haben wir Günther und wir haben Rohdiamant von Augsburg. Letztes Pack. Dann haben wir HSV-Star, Robert Latzel, Wilgurter, Thomas Müller, Raiburg, Wolfsburg, also die Vereine sind die gleichen heute. Leipzig, okay, Leipzig hatten wir noch nicht dabei. Köln auch noch nicht. Frankfurt hatten wir schon. Dann haben wir hier Matchwinner und Ajorke, das ist geiles Gang, also gefühlt die gleichen Vereine überall. Weißt du, wir haben es eigentlich auch einfach mit dem Einsortieren, sage ich. Bloß die Frage, was wir mit dem Spektrum, mit der Spektrumkarte machen. Ich weiß nicht, ob ich Platz gelassen habe, werden wir gleich sehen. Werden wir gleich sehen. So, zweite Liga einmal kurz durchchecken. So, so müsste das sein und dann noch Halstenberg als Matchi. Und dann Abfahrt. Dann waren das ja die ersten drei Packs, oder das erste Mal das waren drei Packs. Wir kamen so rum. So, Rohdiamant, 33. Ich glaube, Augsburg könnte sogar schon ganz gut voll werden hier mit der heutigen Folge. Mats Pedersen. Guckt euch das an. Hier noch zwei Powerkarten und hier noch sechs Basies. Schmeckt. Union überspringen wir. Bochum überspringen wir. Marvin Duxsch kommt da für die Bremer da rein. Dann haben wir endlich auch mal wieder Dortmund. Daniel Mahlen. 121. Dann Nico Schlotti. Schlotti, Schlotti. Marjason, 114. Dann haben wir ein paar BVB-Lücken ausgefüllt. Sebastian Rode, 135. Und Buta. 33. 32. 31, 30, 29. Und Kevin Tratt. 56. Günni Günther ist doppelt. Erste Karte doppelt leider. Dann Ginter mit der 148. 47, 48. Lea Sbebu. Heidenheim haben wir nix. 93, 94. Hoffenheim Logo. Upp. Kader Rabeck. 184. Dann haben wir Köln. 6, 7, 8, 9. Hätte ich auch rückwärts zählen können, ihr euch da direkt gesehen. 7, 8, 8, 9, 20, 30. Novoa von den Leipzigern. Aminatli, Leverkusen. 43, 44, 45, 46. Leverkusen ja auch dieses Jahr on fire. Man kann es einfach nur genießen, Leverkusen zuzuschauen. Beim Fußball aus meiner Sicht. 68 Ajorke dann haben wir Anton Stach ja 56, 77, 78, 59, 60 61, 62 63, 64 65 dann noch Maxim Leitsch 57, Mainz auch ein bisschen mehr ausgefüllt Gladbach überspringen wir, Bayern Thomas Mü Thomas Mü und Star Karte von Mojela 3 und 4, 304 dann noch Fonzie Davis 93 und somit haben wir auch ein paar Bayernlücken hier gestopft Maxim Mittelstedt zack Jonas Wind und Riedle Barken von den Wölfen Jonas Wind doppelt leider erste Bayesie doppelt die Plebaku kriegt da die Lücke so jetzt haben wir ein Problem mit dem Spektrum oder? ach ne ich habe hier extra freigelassen ah ich bin so schlau Junge so wie mit welcher Zahl hören die Ying und Yang Karten auf? Ying und Yang hören mit 360 auf das heißt dann 60 61 62 63 64 75 76 78 69 70 Spektrum Grisha Prömmel sehr nice so dann zweite Liga haben wir hier Ritt Müller von den Braunschweigern 86 87 88 89 90 91 Jürgen Green und Branimir Guter beide Gräuter Fürth Robert Latzel vom HSV dann oh habe ich falsch einsortiert die muss hier hin ja jetzt ist es richtig 86 87 88 89 90 91 93 94 95 96 Robert Latzel dann die Fiat 15 und Marcel Halstenberg Matchwinner 38 39 Wunderbarski das soll es gewinnen sein 3 Päckchen 2 Doppelt aber gehört dazu das Heftchen wird hier immer dicker und vollständiger 2 Doppelte Karten dafür haben wir aber ein Päckchen komplett mehr geöffnet ich bedanke mich lasst ein Like lasst ein Abo da und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge und beim nächsten Video wieder hier auf meinem Kanal bei Pex und Night Tschüss bis zum 3 Scheiß bis zum 4 Bis zum 4 Untertitelung des ZDF, 2020